Denkt im Umgang miteinander immer daran, welchen Maßstab Christus Jesus gesetzt hat. Von göttlicher Gestalt war er, aber er hielt nicht daran fest, gottgleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute, sondern er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich, in jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod, ja, bis in den Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der allen Namen überlegen ist. Denn vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das geschieht, um die Herrlichkeit Gottes des Vaters noch größer zu machen. Das geschieht, um die Herrlichkeit des Vaters noch größer zu machen.